Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Heute gibt es eine neue Ausgabe der Hertha BSC News. Und zwar werde ich heute auf neue Transfergerüchte, aber auch schon auf abgeschlossene Transfers und alles weitere rund um Hertha BSC eingehen. Doch bevor ich mit diesem Video beginne, noch einmal ganz kurzer Hinweis. Abonniert ganz gerne den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, denn aktuell läuft das Januar Transferfenster, um nichts mehr rund um Hertha BSC und die Bundesliga zu verpassen. Abonniert gerne den Kanal kostenlos. Ich würde sagen, starten wir sofort rein mit dem heutigen Video. Heute gibt es zwei Spieler, die ich besprechen möchte. Und zwar ein Abgang, der deutet sich an. Und zwar Jordan Turunariga, unser 24-jähriger Innenverteidiger. Unser Eingewächs steht vor einem Wechsel zum KAA Gent. Der KAA Gent ist ein Verein in der Javelien Pro League, das heißt in der ersten belgischen Liga, und liefert dort grundlegend so die Leistungen ab. Pendelt zwischen Europa League, Mittelfeldplatz oder auch beim Meisterschaftsduell dabei. Und grundlegend kann man sagen, ist das dem schuld, dass Jean Turunariga bei uns nicht stammenspielt. Er hat von 20 möglichen Spielen in der Bundesliga sieben Einsätze gemacht. Und für ihn sei ein Tapetenwechsel die beste Variante, um wieder auf starke alte Leistungen zu kommen. Grundlegend kann man sagen, dass er diese Saison nicht mit guten Leistungen auffällt. Er ist meistens sehr inkonstant und zusätzlich die hohe Verletzungsanfälligkeit. Man muss eben sagen, dass er sich jetzt schon wieder verletzt hat vor dem Training. Und grundlegend muss man sagen, dass er unbedingt einen Tapetenwechsel benötigt, um wieder auf alte Leistungen zu kommen. Denn die aktuellen Leistungen basieren meistens echt auf sehr viel Fehlerbehaftung auf. So, dass man das Gefühl hat, dass Jean Turunariga sich kaum richtig konzentrieren kann. Und einen Tapetenwechsel, das heißt ihn vereint zu wechseln, wäre die beste Variante. Er könnte ohne, er wird ja ohne Kaufoption verliehen, das heißt er hat dort weniger Druck, kann zusätzlich sich dort in einer neuen Liga beweisen, um dann im Sommer zurückzukommen und dann dort die Situation neu zu bewerten, inwiefern wir den neuen Spieler bei uns einbinden könnten. Grundlegend ist es natürlich auch dem geschuldet, da wir mit Marc-Oliver Kempf einen Ersatz linken Innenverteidiger holt haben. Er hat einen starken linken Fuß, das wissen wir bereits und deswegen ist der Wechsel folgerichtet. Er hat den Anspruch, Stamm zu spielen, aber das ist eben mit Marc-Oliver Kempf und Martin Darlay auf der linken Innenverteidiger Position bei einer Viererkette nicht möglich. Sowieso muss man sagen, unsere Innenverteidiger ist relativ überfüllt, da haben wir viele Spieler mit sehr viel Potenzial und da ist eben für einen inkonstanten Jean Turunariga nicht mehr der Platz da, um jedes Spiel zu starten. Grundlegend kann man sagen, dass er sich beim K-Agent, die sind momentan auf dem fünften Tabellenplatz, das heißt, die sind Anwärter für die Europa League, sogar kurz vor der Champions League. Dort kann er sich durchsetzen in der Innenverteidigung. Ja, da sind einige Lücken aufgeschlagen, nämlich sind da nur vier Innenverteidiger und davon ja schon sehr viele Stammspieler und sehr viele Rotationsspieler, die eigentlich nicht in der Lage sind, gute Leistungen zu bringen. Das heißt, dort wird er sich schnell durchsetzen, wird ein Stammspieler werden und könnte hoffentlich dann mit dem Tapetenwechsel hier bei uns wieder einschlagen. Man muss das blicken, er ist 24 Jahre alt, er ist ein Talent und er ist aber eine komplette Identifikationsfigur mit dem Verein. Vor allem für alle jüngeren Fans ist wahrscheinlich Jean Turunariga der Spieler des Vereins, der Lieblingsspieler und auch der Spieler, dem man am meisten zujubelt, weil er auch ein Spieler ist, der am nächsten an den Fans dran ist. Und ich hoffe, wenn wir ihm verleihen, die Laie macht Sinn, dass er zurückkommt und hier einsteckt oder wir jede Menge Geld einnehmen. Mal schauen. So, gehen wir auf den zweiten Transfer, einen Danny Da Costa. Danny Da Costa ist ein Spieler bei Eintracht Frankfurt und die Bild berichtet, dass Hertha BSC Interesse habe, diesen Spieler zu verpflichten. Man suche nämlich einen rechten Verteidiger neben einem Stürmer und einem Flügelspieler, soll deswegen Danny Da Costa auf der Transferliste von Freddy Bobic sprechen. Er hat diese Saison ähnlich viele Einsätze gemacht wie Jean Turunariga, denn nur in sieben von zwanzig Spielen hat er gespielt und grundsätzlich kann man sagen, dass er eben seit dem Abgang von Adi Hütter noch weniger eine Rolle spielt als vorher. Es gab eine gute Saison, das war die Europa-League-Saison von Eintracht Frankfurt, wo er jede Menge gespielt hat. Jetzt aktuell spielt er aber nicht mehr viel. Grundsätzlich kann man sagen, er hat für Eintracht Frankfurt bereits 125 Spiele absolviert und in diesen 9 Toren 20 Vorlagen gemacht. Er ist ein sehr offensiver rechter Verteidiger, welcher vor allem in einer Dreierkette souverän performt. Er kann die defensive Stabilität bewahren und zusätzlich noch eine gute Läufe und Offensivaktionen einleiten. Er ist nichtsdestotrotz manchmal richtig inkonstant, es spielt teilweise gar nicht und spielt dann richtig schlecht und dann spielt er wieder richtig gut. Es ist wirklich ähnlich inkonstant, aber er wäre eine sofortige Hilfe. Er kennt die Liga, er kennt Hertha BSC und er wäre meiner Meinung nach eine sofortige Hilfe auf der Rechtsverteidigerposition, nachdem wir da vor allem C-Freak abgegeben haben, wäre eine Laie. Und das wird angestrebt, die beste Variante. Grundsätzlich muss man aber leider sagen, dass Sky Sport den Bericht von der BILD dementiert und behauptet, dass der Danny Da Costa nicht vor einem Wechsel stehe, denn er möchte mit seiner Familie, unter anderem auch mit seiner Tochter im Rhein-Main-Gebiet bleiben und deswegen bei Eintracht Frankfurt verlängern oder eben zu Mainz oder ähnlichen lokalen Vereinen wechseln. Schade, aber dann sollte sich Freddy Bobich pünktlicherweise auf einer anderen Position umsehen. Zusätzlich möchte laut BILD Hertha noch einen Sohn und Alario verpflichten und dann dementsprechend auch noch Marc-Oliver Kempf. Ob das möglich ist? Naja. So, an sich würde ich sagen, war es das mit dem Video des heutigen Kanals. Ich werde noch ganz kurz etwas über den Geheimtest sagen und zwar, Hertha BSC verliert ein Testspiel gegen den Lekt-Posnanen. Das ist ein Verein der ersten polnischen Liga mit 2 zu 4. Derrick Breate hat sich leider verletzt, musste mit so einem Gollfang vom Spiel abgeholt werden und das sah wirklich nicht gut aus. Und leider muss man sagen, Wladimir Darida und Dinos Gechter sind die einzigen, die wir uns getroffen haben. Am Ende haben wir vier Gegentore bekommen. Immerhin sind Jormicic wieder zurückgekehrt, auch schon seit dem Bayern-Spiel und zusätzlich kann man sagen, Marc-Oliver Kempf hat sein Testspiel-Debüt für Hertha BSC gegeben. Ob die Defensive nach einer Woche schon bewertbar ist, ist schwierig zu sagen. Das war zumindest ein Geheimtest und ich wollte euch nur mal kurz darüber informieren und ich würde an dieser Stelle dieses Video beenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr gerne meinen Kanal abonniert, um auch nichts mehr zu verpassen und ja, liked gerne dieses Video. Und an dieser Stelle würde ich dieses Video beenden. Wir sehen uns dann bis morgen. Schönen Tag euch noch und tschüss.